ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind dran, Torben? Ja! Aber? Untergrund ist zu uneben Scheiße Alter Vielleicht krieg ich's doch anders irgendwie hin Weil dann komm ich auch da hoch Oder? Ja, so gut, ja Vielleicht muss die Fizze da weg springen Untergrund ist zu uneben Ach, Scheiße Warte, du hast noch Lehmklumpen Hast du ein Lehmklumpen? Dann mach ich mal so eine Gerade Toll, ist auch runtergefallen Oh mein Gott So, Lehmklumpen hab ich Voll komisch Ich war in der letzten Mission eigentlich auch schon Hauptmann, weißt du? Und dann... Was machst du denn da? Achso, okay Ich hab mal das Wasser nicht gemacht Das hat mich geschweißt Ja Ja, ähm Keine Ahnung Was kommt heute schon wieder? Das Wasser kommt aber immer wieder, ne? Ja, allerdings noch kurz weg Kannst du ja gar keine Zeit Ja Alter Oh, ich hab den Bausatz Okay, sollen wir noch einen Turm bauen? Jetzt müsste es eigentlich passen Haha Wir bauen uns so nach oben Wir bauen uns so nach oben Geile Scheiße Wie viele brauchen denn? 2, 1, 4, 5 Was? 100 Türme? Wir brauchen insgesamt Jetzt brauchen wir Hä, wird das weniger? Na klar wird das weniger Wir müssen noch 2 Wachtürme bauen Jetzt gleich wahrscheinlich noch einer Warte mal Ich aktualisier das mal Ja, noch ein Wachtturm Und noch 4 Steinhäuser Und eine Burg Kommt man jetzt da hoch? Ja Coole Sache Hier oben Hier unten Mach ich sie mal eben Guck mal Jetzt haben wir es hier schon Um einiges Verändert Ähm Warte, ich kann mir eigentlich noch 2 Bausätze Ich kann mir noch 2 Bausätze kaufen Nimm du auch mal einen Bausatz mit Das gehört? Wie bitte? Pull dir auch mal einen Bausatz mit Super So So Eigentlich Eigentlich Wir können uns so immer weiter nach oben bauen Wenn wir jetzt Bomben holen Dann können wir da oben auch das Gold wegfetzen Scheiße Dann komm ich mal nicht wegfetzen Ach, muss ich auch nicht, ne? Ne, eigentlich nicht Aber ich komm da Du kommst da ganz oben hin, ne? Da hin Ich komm da nicht hin Warte Ich bin halt am besten auf dem Kann man Turm auf den Turm bauen? Ja Genau Bestimmt Hinten wir oben Eben machst du das hin? Wo soll ich denn was bauen? Ich Mhhh Keine Ahnung Kann überlegen was man bauen sollte Eigentlich können wir noch Wo soll denn die Burg hin? Wo soll denn die Burg hin? Hier hin Die Burg Die Burg Die Burg Ja, dann mach da mal eben Oder mach da Mach alles mal Obwohl, ne, alles ein bisschen flacher ist Doch, mach alles ein bisschen flacher Ähm Und dann Kannst du da die Burg hinsetzen Und mit der Burg Kann man ja wieder etwas weiter nach oben Und jetzt komm Mach das mal eben Kommst du da dann hin? Kann das sein? Ja, Metall Alter Alter Jawoll Warte, kommt jetzt die Kann ich jetzt da hinspringen? Müsste eigentlich Mein Gott Jawoll Bauen wir jetzt die Burg Ah, ich wollt auch grad bauen Aber egal Oh, ich weiß nicht Ich weiß nicht Oh, scheiße Ich glaub die Burg Die zählt jetzt für dich Ich glaub das ist Fail Weil du den Bausatz gesetzt Ich weiß nicht genau wie das läuft Ich glaube die Missionen sind eigentlich ursprünglich Hä? Ich bin mir nicht sicher Doch, ich mein schon Es waren ja 3 am Anfang Genau, bauen wir 2 Burgen Wir bauen hier alles voll mit Burgen Wir bauen hier alles voll mit Burgen Boah wie lange das dauert ne? Was kriegen? Ja, ja, mach du nur Ja, ja, mach du nur Scheiße, ich hab null Gold Ich hab null Gold Kann auch sein, ja Keine Ahnung Ich hab null Gold Ich hab' die Alter Kack Katze Was denn da Mann, ich hoffe Ich hoffe das zählt jetzt das Gebäude Dann hätten wir das schon mal Was hör' ich? Was hör' ich? Und die scheiß Katze draußen Naja, ich höre keine Katze Ich höre nur Musik Da ist so eine Katze, die hier aufs Ruhm Die hört sich auch noch nicht auf deinen Arsch bekommen Ich glaube, du bist ein bisschen weiter Vom Mikro weg, oder? Bist irgendwie ein bisschen leiser geworden Naja, ich bin bei mir immer Okay Du kannst nicht mehr Ich möchte nicht einzeln, ich will wenig sein Okay, alles klar Ich hoffe, das zählt jetzt So, und jetzt Jawohl, die Burg ist weg Burg brauchen wir jetzt nicht mehr Coole Scheiße Warte, jetzt kann man vielleicht Oh Ah, du kannst da hoch? Ich kann es Okay Ah Da kannst du vielleicht zwei, drei Bomben kaufen Oder eine Oder da hinten freischaufeln Freischaufeln geht ja auch Die sind ja da, direkt vor der Tür Ähm, so Was mache ich denn jetzt? Ach, wie mache ich das denn jetzt? Gold Okay, was passiert damit? Oh, perfekt Ich habe die ganze Zeit mit dir zugeguckt, habe nichts gemacht Ich bin da geborgen Ich bin da geborgen Ich bin da geborgen Ich bin da geborgen Okay, hier liegt jetzt mit mir dort Das heißt, das Gold ist weg Oh, was ist mein Typ? Ich dachte, guck Oh mein Gott, jetzt ist meiner Der ist aber unten Oh, jetzt kommt der nicht hoch, weil er unfähig ist Ähm, wie dumm ist der eigentlich? Ich bin da hochgeguckt, dann Ich weiß, ich kann es verkaufen, ne? Warte, hier hast du ja noch Gold Was willst du verkaufen? Ich habe schon verkauft, das Eisen Ja Jetzt darf ich ja wieder hochlatschen Ähm Ähm Oh, es wird Winter Oh, dann schneit es jetzt wirklich nicht Ich hoffe, du hast Wasser gefriert jetzt Und dann können wir es wegkudeln Geil Ich kann sagen Cool, dann haben wir es gleich Dann brauchen wir danach nur noch drei Häuser Steinhäuser Das ist irgendwie voll cool gemacht Wir können mit den ganzen Türmen bis ganz nach oben Selbst wenn man nicht klettern kann Scheiß auf Lebenklumpen, äh Bauen wir einfach Türme Oha Dein Haus Dein Haus Nein Oh mein Gott Mein Haus, was ist denn? Was? Meteoriten? Da oben ist ein Meteoriten gerade abgegangen, ja Oh Scheiß, jetzt habe ich den Lebenklumpen verkauft Oh, fuck off Da hinten ist noch Gold Ich habe gerade neben dem Ich habe den Lebenklumpen weggerufen Aus dem Land Ach so Ach das war nicht Äh, ich dachte das war Gold Habe ich gerade irgendwie falsch verstanden Entschuldigung, aber weh Jetzt können wir eigentlich noch zwei Bausätze kaufen Irgendwie ist das zu einfach, habe ich das Gefühl Sei doch froh Seid doch froh Genau Braucht ein kleines Erfolgserlebnis, ey Ich kann die Zuschauer noch nicht fassen Bauen Steine auf den Alter, so Wo baue ich den denn Türme haben wir jetzt alle, habe ich gehört Passt dir ein Haus hin? Ich glaube nicht Brauchst du ein Haus? Aber ich glaube du musst, ich muss da helfen Nicht, dass es nachher nicht zählt Ich mache es nicht ganz fertig Oh mein Gott Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen Boah Ich glaube wir sollten die Lücke da mal zumachen Ey, jetzt regnet es schon wieder Von wegen gefroren Gar nichts ist, ey Boah Hier ist ein Sturmbad Ich glaube wir brauchen ja eigentlich gleich noch Noch einen Bausatz Wir brauchen Gold für einen Bausatz Ein Gold brauchen wir? Ne, wir brauchen 14 Gold brauchen wir noch Wir müssen noch einen Bausatz kaufen Ich habe noch eins Ein Gold habe ich noch Was? Ich habe jetzt sechs Fünf hat es gebracht So, ich kann jetzt Lol, ich muss in dem Turm hier schwimmen Da geht Wasser rein Hochwasser Noch eine Hütte bauen Missionen Rekordzeit machen, ey Oh mein Gott Hat der da Gold Hallo? So, was ist denn hier unten eigentlich noch alles Da hinten sind noch Eier Da ist noch Da ist noch Eine Bombe Die Bombe bringt genauso viel Gold Wie Also wie Goldklumpen So, das Haus wäre auch fertig Alter Machen wir das denn jetzt Ich glaube wenn du Wenn du die Bombe holst Dann haben wir das Haus Dann können wir uns den Bausatz kaufen Das war es denn ja schon Ich sage Ich sage Ich sage Oh, das war easy going, ey Komm, 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 ich bin Bausatz Und das letzte Haus wird gebaut Das war echt total einfach Ich würde sagen Wir fahren am Altabschieden Und schon mal weil Wie beim Wildfaden wird das Wir müssen abbrechen die Abnahme Oh ja, das stimmt, da hast du recht Die Mission wäre direkt zu Ende Ja Leute Wie ist Aussicht Wir bauen jetzt gerade das letzte Gebäude Ähm Wohin bauen wir es denn eigentlich Hier auf diesem Ich nehme Irgendwann nochmal ganz oben hin Genau da So, wir bauen unser letztes Gebäude Ich denke mal Wir werden dann gleich Die Runde wird dann gleich vorbei sein Ich hoffe es hat euch gefallen Endlich mal ein Erfolgserlebnis für uns Oh mein Gott, ey Genau Ja, das war eine kurze Aufnahme Wir bedanken uns fürs Zuschauen Und äh, sagen jetzt schon mal Bis dann Bis dann Haust da rein Das war nicht so feste Noch sind wir nicht weg Nicht so feste Jetzt haben wir es eigentlich zu Ende Hallo Alle zu erschaffenen E Es zu erschaffenen Gebäude wurden gebaut Runde vorbei So